hey wir kommen zu einem kurzen spellstone info video früher morgen bei mir da ist auch schon wach wir hatten schon einen kaffee wir sind bereit wir müssen kurz nicht über ein update reden dass ich zufällig sehen habe weil ein sehr schön dankeschön und zwar nämlich eine sache kommt schon am 7 dezember heißt morgen am donnerstag wenn der pg justice new bg wenn dieses neue ding kommt und zwar in der arena habt ihr gemerkt da war ein event dass eure karten die er legt am anfang plus zwei delay hat noch nicht nur plus eins als eine verzögerung mehr statt 2 fand ich jetzt nicht so geil aber sie haben das anscheinend ausgewertet von spielst du wie das abgelaufen ist und das könnt ihr alles selber übrigens auch nachlesen habe ich einen link in die video beschreibung gebracht und zwar sind es ausgewertet und so und das war anscheinend erfolgreich dass das besser läuft denn die win rate waren 50 50 also zwischen attacker und defender zwischen angreifen verteidiger also viel besser die win rate plötzlich das anscheinend wollen sie das bei behalten möchte es richtig verstehen wie plan zu update is arena to use den new bg und first des 7 dezember also das wird dann am morgen kommen wenn ich das richtig verstehe ich hoffe mal ja könnte mich gerne die kommentare belehren ja anscheinend bleibt das jetzt mit dem plus zwei die ich bin gespannt wie mir das in zukunft gefällt wie gefällt euch das so schreibt man nicht mal was halt ihr fandet muss zwei die naja als das event da war habe ich sehr viel gehört die gesagt haben ja ich spiele es keine reden das ist voll bescheuert oder mords mords märk aber naja wer weiß vielleicht wird es jetzt wirklich fairer also ich kann es schwer sagen ich denke man sollte allem auf jeden fall mal eine chance geben also bei mir ging es ich habe bei dem event trotzdem weiter gespielt und klar habe ich dann zum teil verloren wo ich gedacht habe so aber man muss halt jetzt sich eine neue strategie überlegen welche karte lege ich zuerst also ich glaube dass es auch spannend werden kann wieder ein bisschen mehr strategie reinzubringen kann auf jeden fall sein obwohl ich ja immer noch dafür bin vier oder fünf karten auf der hand zu haben für mehr strategie ja ja dass es da noch andere wege gibt die das viel besser würden ist klar naja ich lasse mir überrascht also wie gesagt wenn ihr das ausgewählt haben richtig und über 50 50 war auch wenn jetzt wahrscheinlich viele nicht mitgemacht haben kann mir gut vorstellen dass wir gesagt habe nicht spielen denn eventlich kein an diesen wochen hätte ich kein event also keine reden aber leute gibt alle mal eine chance ich habe das verteufeln bevor man es mal ausprobiert hat ja also die sache also ja wir lassen sogar nicht wie der hase hier ist mir lassen zu überraschen es soll ja morgen schon kommen am siebten donnerstag auch nicht vergessen am morgen ist gilt war placement nicht vergessen und dann das was mich am meisten freut am neuen update wann das kommt steht noch nicht da also das ist alles noch steht an den sternen aber es sieht verdammt cool aus es gibt euch neue karten dann und zwar champions wir sehen können an diesen vielen vielen zacken es sind zehn level keinen zehn mal hoch power hat keine fusion und zwar das sind neue champions karten ich finde sie cool ich finde dass sie echt hübsch aussehen also die karten haben zehn level wie gesagt die zacken hier sind ja sie haben keine fusionen und fürs hoch level braucht ihr nicht nur staub was schon mal viel ist wenn man hier sieht das ist ja das ist da schon 300 staub und wir haben noch gar nicht viele zacken voll es wird ziemlich teuer das ist dann für leute die nicht mehr wissen was sie mit ihrem staub machen und er braucht spezielle steile noch dazu die ihr anfangs nur in events bekommt und zwar an jedem wochen also wir lassen uns mal die punkte durchs kürzer sie sind einzigartig also unique und jeder bekommt nur eine sie könnte nicht zwölf davon machen ja sie sind aber zehn haben keine fusionen und wenn ihr die ersten 50 steine bekommt durch events wie gesagt dann könnt ihr die erste karte kraften die stufe 1 mit 54 ersten stein und ja das upgraden also das hochleveln das aufwerten kostet eben diese steine gesagt und diese steine bekommt ihr nur also erstmal nur durch die wochenendlichen wort nur am wochenende durch die events wöchentlichen wochenende wochenende ist eigentlich trotz egal im bros in also in clashes und so weiter in kildos und werden zwar die sind eh nur am wochenende kinder in den wöchentlichen events und aber later also später gibt es noch andere wege an diese steine zu kommen also ihr müsst jetzt nicht nur in den events hat rein hat es gibt dann auch andere wege nur wenn es die karte halt früh schon haben wollte müsste in events hat gas geben also ich glaube für uns so mal sterblichen wird realistischer später abgesehen von so ja noch mal sammelt in die wendung paar steine dann kriegt dann später den rest aber ich glaube man sollte dass ich keinen stress machen hat und ja alle vier wochen kommt eine neue legend card und die sind dann auch wieder wie gesagt in den events am wochenende in den vier wochen erhältlich also wenn das jetzt alle vier wochen haben sich ändert ist die frage wie viel stein aber ihr seht hier level 1 50 steine level 275 und level 10 braucht schon 1200 von diesen steinen dass die frage hat wie viel bekommt man pro event und schafft man das nicht vier wochen und wenn man das nicht in vier wochen schafft und es kommt jetzt jede vier wochen eine neue karte wie kriegt man dann die alten steine das ist noch so eine frage die mich interessiert bin gespannt und ja das ist noch mal hier in zukunft wird es andere wege geben die stein zu bekommen ja das gleiche noch mal kriegt einfach wie gesagt in zukunft die stein doch auch andere wege und was hier oben da steht ist das eines der größten ziele oft von diesen neuen karten typen ja die legendären karten rewards wären in den top 3 quasi davon ersetzt und ihr kriegt auch in den also außerhalb der top 3 ihr wisst denn den events in diesen gilt was und zwar kriegt ihr nur in den top 3 die legendären karten danach kriegt einfach nur diese epics was voll scheiß wird so in den gibt es letzten zwei platz 4 kriegst du eine epikat ist kein legend und das mit auch diese spieler hier in den gilden von rang 4 bis höher noch mehr freude am event haben und es war er wie zu sagen ernst ernster nehmen ja erster nehmen mehr mühe herrscht nur prestige nicht nur autoblager und keiner und ja das ernst nehmen ja auch ja weil die kriegen dann auch eben diese steine und das ist dann viel wert man die steine hier kriegt weil ich finde diese karten sind verdammt stark dann halt auch da bin ich mir ganz sicher schon ja das bestimmt aber ich bin auch sehr gespannt wie schwer dass wir die bekommen wie viel man kriegt aufleveln also wie schwer das wird aber ich denke eine geile karte darf auch gerne dauern und vor allem wenn man hier sieht es kostet 100 aber er hat aufwerten will und er hat aber acht karten ja auch um links acht steine ist wo hat er die acht her ist das minimalste was man kriegt dann dauert es halt schon lange wenn man schon bei 50 braucht für den ersten um ihn zu bauen überhaupt naja aber denkt dran wie lange du für narex oder ja ja auf mystisch ja und das zusammenregen wir sehen schon einige steinchen die man benötigt ich bin gespannt auf jeden fall ist es eine coole sache champion karten ich finde es geil ich finde es wirklich geiler das schreibt man die kann aber was haltet ihr von diesen champion karten wie gesagt ich kann euch das alles durchlesen kann auch die antworten der ganze community euch hier durchlesen sind einige haben viele darüber diskutiert ja da hat er zusammengegangen man braucht 4000 steine und man braucht 4000 staub und die karte komplett aufzuwerten manche haben 4000 staub einfach so rumliegen also ich bin sehr gespannt auf das update ob jetzt wirklich am morgen das plus zwei in der arena fix eingeführt wird oder ob sie was anderes da machen ist es steht nicht so genau da ich bin furchtbar schlecht in englisch also wenn es wie anderen wie mir geht müssen wir wahrscheinlich abwarten google translator ich bin gespannt wie gesagt der link hier zu diesem was in der kratz zu dieser seite hier ist in der video beschreibung ganz oben als einfach video beschreibung reingehen und auf link klicken und seid ihr da könnt euch das selber durchlesen ich bin gehypt ich mag champions bin jetzt schon sehr überzeugt davon gefällt mir sogar etwas mehr als die mystischen karten muss ich sagen es ist halt was neues also ja und es hat verdammt viele zacken ich bin auch also klar ich bin eine frau aber ich finde es sehr ästhetisch mir gefällt es gut ja jeden fall also ja der gesagt könnte gerne den link in der video schreiben klicken wenn euch das info video gefallen hat lassen like der lasten abo dann nicht so verpasst und schreibt wie gesagt bitte bitte eure meinung in die kommentare wir reden natürlich gerne damit euch also antworten auf die kommentare und ich bin gespannt und danke rapid fürs übersetzen für leute wie mich ja es versucht zum groben mal machen wir auch fehler aber ja zum groben wird das sein und es kann sich ja noch ändern bis die champions kommen das ist erst mal nur das was sie vorhaben wenn jetzt tausend leute sagen damit zu sein anders kommt wobei das ist ja auch das gute wenn ihr bis jetzt gemeckert haben sie haben immer noch mal drüber nachgedacht versuchten einen besseren weg zu finden damit ihn ja wirklich reden hat immer nur meckern sondern auch verbesserungsforschriften machen weil das ist wirklich das einzigste spiel dass ich kenne die so auf unsere wünsche eingeht das ist krass das stimmt das stimmt geben sich schon mühe ja wie gesagt so gefeiert lassen leichter schreibt die kommentare oder meinung mehr als verpasst wir lassen abo da schau doch ich bin bei der spiel vorbei der leute ist jetzt mal viel spaß haut rein und tschau tschüss